Herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Overwatch. Mal nicht auf einer doofen King of the Hill Map mit Goroboy. Wir spielen auf Hollywood. Ich mag die Hollywood Map, ne? Ja, die ist cool. Die Eiswatt war ja voll gemobbt. Affe! Und Reinhardt. Reinhardt down. Nice. Oh, warte, Schweinchen, wo bist du? Ich will ein L geben. Jawohl. Da ist ein McQueen. Schweinchen. Oh, Goro, warum machst du das? Ja, wieso? Warum mache ich das? Du hast doch gesehen, dass er da steht. Was hast du gedacht, was er macht? Dachtest du, er will mit dir Kaffee trinken? Ich war Symmetra. Wie kann man Symmetra überhaupt töten? Ja, keine Ahnung. Aber du weißt doch ganz genau, dass er mit E seine Granate will. Das ist doch schon ein Ding an sich, dass man Symmetra umbringen will. Ja, aber das ist dem egal. Das ist ein Gangstermann. Symmetra. Aua. Affe, 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 Affe macht mich. Affe hat mich gemacht. Wer ist denn eigentlich die Hübscheste in Overwatch? Die Hübscheste? Ja. Boah, schwer zu sagen. Ich würde sagen... May und Tracer tun sich nicht viel. Finde ich jetzt. Was mit D.Va? Stimmt, D.Va gibt es ja auch noch. Oh fuck, ich glaube, der hat D.Va gewonnen. Und was mit Symmetra? Symmetra ist nicht mein Typ. Und Widowmaker? Widowmaker ist cool, aber ich weiß nicht, die Hautfarbe verstört mich. Also diese blaue Hautfarbe. Jetzt nicht allgemein, dass Hautfarben mich verstören, aber diese blaue Hautfarbe verstört mich schon hart. Was mit Zaya? Nee, Zaya ist nicht mein Typ. Und während wir über Frauen reden, ist dieser Reinhardt ganz schön hart gestorben. Oh, McQueen von hinten. Was hast du gedacht? Was er will? Kaffee trinken? Hallo? Ich habe ihn nicht um eine Ecke stehen sehen und bin hingegangen, um Hallo zu sagen. Ich wollte Hallo sagen. Du wolltest ihm die Hand schütteln. Vielleicht auch noch was anderes. Ich weiß ja nicht. Was denn? Was kann man denn noch so schütteln? Er weiß ja nicht, was du McQueen noch so schütteln könntest. Speck kann man schütteln. Schüttel deinen Speck. Da oben ist so ein Waffle-Man. Der McQueen kommt wieder von hinten übrigens. Die Sau. Unser Hanzo ist gerade da umgegangen. Ich habe den Waffle-Mann mal gemacht. Komm, den Geschwächsphäre drauf. Das ist cool. Nice. Affe. Affe mit dicken Eiern. Spürt die heilende Ruhe. Nicht unser Mann. Das war ich, ja. Bist du Senja da? Ja. Ja. Ja, ja. Dann ist so ein Roadtop, der auf dem Sack geht. Und da oben ist er dann, ich dachte, dass er dann Hanse hochgeklittert hat. Ja. Ah, da ist ein Rief da. Den hole ich mal eben wieder. Wo willst du hin, Affe? Scheiße, der macht mir noch, wenn ich große Fresse habe. Ah, ne, okay, ich habe ihn gemacht. Mach dich, weil du eine große Freche bist. Ja, ich habe mich mit dem angelegt. Teleporter ist offline. Acht Kills mit Senjata, ey. Ich habe acht Eliminierungen. Ja. Ja, ich habe auch mit Symmetra. Ah, mit Symmetra ist das auch. Oh, Ulti. Moment. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, ich bin tot. Der Hanse steht hinter euch. Ach, du bist auch tot. Zwei Stück. Und dann noch so ein Luckshot von dem Hanse, ey. Von uns leben ja, oder haben viele gelebt noch. Ja, der Punkt wird ja nicht gecaptured. Guck mal, da geht alles noch grün. Ah, jetzt nicht mehr. Noch 30 Sekunden. Teleporter online. Der ist gut. Der macht mich, der macht mich, der will den Teleporter machen. Hat er den Teleporter gemacht, ja? Ja, der hat er natürlich. Noch 10 Sekunden. Scheiße. Jetzt will ich da hinlaufen, ey. Komm, lass uns doch mal eine Map gewinnen. Nein. 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 Das werden die gewinnen. Die sind da echt zu fünft. Nein. On point. Oh, nee. Ich hasse es. Hatten die zwei Affen? Oh, die hatten zwei Affen. Hallo und Fire. Willst du mich verarschen? Was haben die denn gemacht? Wo kommt der Affe denn her? Ja, die haben zwei. Oh. Zwei Affen? Nee, doch. Traurig. Ich werde meinen Fehler wieder gut machen. Ich hoffe es. Schieben zu viert, ey. Das finde ich schon krass. Terra von oben? Ja, ich weiß, die ist markiert. Ich sehe sie. Ich weiß gar nicht. Ihr seht das nicht, wenn ich die markiert habe, ne? Nee. Ist down. Aber jetzt die down. Habe ich 100% gekriegt. Oh, hier kommt Reaver. Ist down. Habe ich auch 100% gekriegt. Nice. Oh, ich habe es sogar getroffen. Wie die auch gleichzeitig alle kommen, Alter. Das ist ja wie auf Flaschen schießen. Au, ich wurde gestunt von McQui. Nice. Ah, wo ist die fucking Pharah? Au, da oben. Ah, habe ich nicht geschafft. Okay. Mich haben die jetzt auch... Das ist eure gerechte Strafe. Okay. Der macht mich. Ach, Mann. Natürlich. Ja, das ist eine schöne Ulti vom Dings. Drei hat er gemacht. Ja. Naja, war aber auch gut von denen gekontert jetzt. Mit den drei Achten, oder was du sagst? Haben die drei? Jetzt, nee. Zwei haben sie noch. Zwei haben hier. Da schiebst du McQui. Oh, wie oft haben die denn ihre Kackaffen-Ulti? Ach ja. Ist klar. Oh fuck. Fast hinten sind Teleporter gesehen. Noch einen Meter weiter hinten. Übermut ist ein schwacher Schild. Übermut tut selten gut. Wer sagte das? Ich, äh, ich. Äh, aber, äh, Senetta fing den Satz an mit Übermut. Und dann dachte ich mir, es wäre jetzt lustig, wenn er sagen würde, Übermut tut selten gut. Fände ich irgendwie lustig, wenn er das sagen würde. Vorsicht, Leute. Hilf uns auf dich. Hier wurde ein Hanso getötet. Hier liegt seine Leiche. Wo ist die Farah hin? Ist so nice, dass, dass die, dass die Waffe von Symmetra mit, mit der Zeit halt so viel stärker wird. Also wenn du lange verlinkt bist mit ihm, dauert das, äh, macht sie ja richtig, richtig. Richtig, das siehst du auch auf der Waffe, ist eine Anzeige, ne, weißt du das? Ja. Komm, er ist geschwächt. Der Affe jetzt auch. Ach komm, die Ferberraketen, ey. Die siehst du aus, die Mekametzel nie rauskommen. Und dann kriegst du die ins Gesicht. Ah, jetzt hat sie mich. Ferber hat ihre Ulti übrigens. Fünf Leute sind am Schieben, das ist ein bisschen schwer. Ich kann dagegen es machen, ich habe nur 150 Kaffee und dann kommen so fünf Leute auf mich zu. Ich auch nicht. Der Wolf kann aber ein bisschen was. Der Wolf hat zwei gemacht. Sonst von fünf ist das okay. Schieben halt nur noch drei. Zu dritt sind sie da. Verlängerung. Nein, gewonnen. Nee, gewonnen. Haben die geholt. Wir sind schlecht. Glaub nicht, dass wir so schlecht sind. Im Händen war der Mr. Waffle Man dabei und die haben zwei Affen gehabt. Ich hasse das, wenn du... Ich finde nicht, dass man zweimal dieselben, ähm... Dieselben Helden in einem Team haben darf. Hey, schade, Schokolade. Oh, der war nice. Weißt du? Ja. Ja, 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 ja. Macht aber manchmal leider auch Sinn, ist das Problem. Hast ja gesehen, hat geklappt bei denen. Wir hätten einfach auch das Bäschen nehmen können, um Winston schnell Down zu machen. Weiß ich auch nicht, warum keine Bäschen genommen haben. Das ist eigentlich dein Job. Du bist doch mit der Bekannte. Muss leider jetzt lieben. Hau rein. Sia. Sia. Gehört der Nutskul zu dem? Hm. Keine Ahnung. Hat scheint. Nutskul ist einfach ein Ninja. Der ist einfach reingegangen. Einfach dabei gewesen. Logic, den kenne ich aber auch. Logic kenne ich aber auch. Ba, ba, da. Ba, ba, ba. Jetzt sind wir Angriff, aber wir warten noch auf Spieler, ne? Ja. Die gleichen Leute. Da hab ich auch ein 6er Stack gewesen. Evasive. Ich mach uns den Affen. Ich mach uns den Affen. Affen. Power. Boah, ist schon 8 Uhr. Also jetzt in real life. Leute. Spielt nicht die ganze Zeit Overwatch. Macht's nicht so wie wir. Goro guckt gerade auf der Uhr. Ich hab Hunger. Ich hab wirklich ziemlich Hunger. Nicht so viel gegessen heute. Ich auch nicht. Doch, ich hab mir gerade eine Milchschnitte reingepfiffen. Wow, ist ja auch super nah. Ja. Ja. Wusstest du, dass mir schon mal eine Filmrolle angeboten wurde, sagt Winston. Ja, Winston wurde schon mal eine Filmrolle angeboten. Ey, hast du gerade den rollenden Busch da gesehen? Ja. Tut mir leid, aber ich muss abdösen. Mein Triumph stand nie in Frage. Unsere Gedanken sind in Harmonie. Verstehen, deine Waffe ist ja voll cool. Sie sieht die anders aus mit dem Skin? Ist die dann auch so? Ja, die ist auch so geledert mit Safari-Zeug. Ja, ja. Da sind Taschen dran, ne? Mein Dank, seid ihr gegessen. Ich stehe in deiner Schuhe. Warum dauert das eigentlich so lange? Sonst dauert das auch nicht so lange. Friede sei mit euch. Doch, es dauert immer eine Minute. Unsere Gedanken sind für Armundank. Hallo. Popcorn. Wooo. Okay. Was lasst die los, Freunde? Und haben sie da hinten eine... Was? War das ein McRee? Das ist ein McRee, oder? Der hat mich abgeschossen von da hinten. Das muss ein McRee sein. Die haben Sniper oben auf dem Dach. Das ist auch noch. Besschen auch. Besschen krieg ich down. Das ist ja kein Ding. Steht der wieder auf dem Turm? Ah, okay. Ach, du großer Gott. Ach, du großer Gott. Da kann ich ja nicht rausgucken. Ach, einen Torbjörn haben die auch noch. Ach, du großer Gott. Der hat eine richtig eklige Verteidigung. Mit zwei Snipern. Mit dem McRee hier hinten, der aufpasst. Warte, den muss ich mal machen. Das ist ja zwar Whisky-Business, aber... Weitere Versuche erfolgt, äh. Ach, warum kommt denn der Hanse so weit raus? Auf den hab ich nicht geachtet. Mach den McRee. Ja, hat er auch. Warum hast du dann wieder so'n Hanse, der dich genauso dann wegsnipe, wenn du nicht damit rechnest? Steht ja immer noch dahin. Persönlich, Schäppchen, auch egal. Die haben den Besschen da oben platziert. Ja, das ist egal. Den krieg ich runter. Aber die Widow muss weg vorher. Obwohl, den muss er gar nicht. Gut, dann geh ich gleich auf die Widow. Sie haben da dein Geschütz. Ach, der steht da, der steht gar nicht auf dem Fahrstuhl, der steht auf der Plattform. Die steht. Ja, er steht oben auf der Plattform, ja. Jetzt ist er weggegangen. Was, mit der Widow ist die schon weg? Ich weiß es nicht. Nein, schub sie doch nicht weg! Ach man, ich hätt ihn gekriegt. Weißt du, steht da wieder? Der trifft aber auch hier durch. Der Reinhard hat kaum noch HP. Ich brauch Heilung von der Mercy oder so, weil... Ne, wir haben Lucio. Oder Lucio. Uns sind ja da. Ich bin bereit, meine Jummelwut zu entfesseln. So, der Geschützturm von Torbjörn ist weg. Regnerisches Geschwitz. Unsere Macht. Alle Regler auf Anflug. Gibt mir auch der Böschchen da hinten. Der ist auch weg. Ist der weg? Ja. Jetzt geht die Widow da hinten hin. Ulti von Drachen hier. Bin am Angriffsziel. Arbeite zusammen. Oh, Ulti von Böschchen. Der kommt jetzt irgendwo lang gedüst. Oh, da hat kaum noch was der Böschchen. Der Mr. Waffenman. Er ist weg, er ist weg. Dann ist das unser Punkt. Hoch damit und raus mit ihm. Von oben kommt McQui. Der Hansu ist down von denen. Ich bin aber auch down. McQui ist auch down, okay. Wo ist die Widow? Ah, da oben. Ach man. Feindliche Eiswand. Fuck it. Äh. Ey, die mit ihrer Eiswand. Wo ist die Widow? Ah, die ist tot. Okay. Ich geh mal hinten rum. Den Torbjörn machen. Ich hab sie. Ja, der Torbjörn ist aber noch am Start. Okay. Zimeria hat die regelt. Oh ne, ich wollte Zimeria noch retten. Oh, Affe. Ach nee, das bist du. Weil der so rot war. Ah, die Widow. Pass auf, die steht hinter dir. Hinter der Tür. Oben, oben links. Hinter uns. War das deine Ulti, ja, ne? Äh, und die vom Feindlichen dann so. Oh, da. Reinhard kommt und holt mich. Schütz mich. Goro. Bin ich da. Ich hab die zu spät gesehen. Ich hätt ihn ja nicht hören müssen. Er ist der leiseste Charakter im Spiel. Brumm, brumm, brumm. Zu sagen Stealth. Wo ist das Geschütz? Da war er dann. Oben, 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 wo ich stehe. Jetzt zweigt das Geschütz. Die Stunde hat geschehen. Die Kraft muss zu diesem Zimeria. Oh, wow. Wie konnte die das machen, ey? Der Wolf nimmt Pferde auf. Noch einmal stürmen. Noch einmal. Ich hab halt wieder Operation Gütener Affe. Hm. Ich hab Operation Töte, äh, Töte. Äh, Reinhard. Ich hab Operation Töte Bärchen. Hat nicht so gut geklappt. Jetzt schon. Meine Katze ist gerade vom Sofa gefallen. Wenn du so entspannt bist, dass du vom Sofa fällst. So viel winnen. Jetzt guckt er so, als hätt ich ihn runtergeschmissen. Du bist schuld. Ach, ich sag das, dass wir jetzt der feindliche Affe da kommen. Boah, die Pharah mich erschrocken. Er muss da natürlich geschmissenen Kern machen. Ah, die Widow und der McQueen. Und die May wollte mich machen. Wir haben doch fast gewonnen. Komm. Glaubt nicht. Ihr könnt mich von meiner Mission abbringen. Geschützt voraus. Vorsicht. Also, sein Geschütz fährt jetzt gerade hoch. Sehe ich das richtig? Ist weg, das Geschütz. Ist, das zweite ist auch noch kaputt. Au, die Widow hat mich gesehen. Ich brauch die Heilung. Ich hinkrieg. Ich weiß. Und du hattest noch eine Heilkugel drauf, du Geier. War der Wichtigere von uns beiden. Das stimmt allerdings. Wo kann ich denn jetzt hier lang? Mach die May. Ich verlaufe mich gerade hier Backstage. Das ist viel schlimmer. Ist mir auch einmal passiert. Ach, scheiße. Ich komme da nicht hoch. Ich will aber hinten rum. Passiert den Noobs halt ab und zu mal. Ich will hinten rum. Ach, nice. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Geschützt im Einsatzbereich. Wir müssen den Bastion da wegkriegen. Wo ist der denn? Unter mir? Ja. Ah, da. Okay, jetzt weiß ich. Oh, du hast gesagt unter mir. So unter mir war der gar nicht. Der war doch da unten. Jetzt habe ich meine Ulti reingehauen. Es war aber weg jetzt. Weg. Er macht geschmolzener Kern. Das war sogar das Ding, was mich fertig gemacht hat. Best Schmulti. Noch 5 Meter. Fuckin' Geschützturm. Ich mache den mal weg eben. Jetzt kommt ein Dings. Ein Affe. Und ein McQueen. Ah, fast hätte ich ihn gehabt. McQueen kommt jetzt von hinten. Geschützt im Einsatzbereich. Ja, wir müssen jetzt on spot, ne? Ja. Die schieben schon wieder zurück, ey. Noch 10 Sekunden. Ich schiebe nochmal alles aus Wasser. Die Fracht und ich sind im Eingriff. Der Bastion ist auch down. Wo ist er? McQueen hat mich irgendwo von hinten. Bastion ist down, manche. Ja, McQueen hat mich von irgendwo hinten angeschossen. Da hinter mir. Ich sag's doch. Geh weg, Alter. Wir haben gewonnen. Oh, ich kann nicht mehr. Oh, ich schwitz zu doll. Oh, war das knapp. Ja, Go, was hast du da gemacht? Deine Modder hat das gemacht. Der hat da kurz gespielt. YOLO sagt er, YOLO. Ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal zur Overwatch. Bis dahin. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020